Weiter geht's, meine Lieben, mit einer neuen Folge Uncharted 4. Und Sam möchte gleich mal reden, hier in Libertalia, endlich, wir haben's erfunden. Alcasa hat das anders gesehen. Können wir das nicht einfach mal genießen? Ich genieße es, aber wir haben ein Ziel schon vergessen. Vertrauen, ich kenne das Ziel. Mehr sage ich nicht. Okay. Ich bezweifle, es wird lange in unseren Fittichen bleiben. Ich hab natürlich schon Bock, jedes einzelne Haus hier zu untersuchen. Oh, es ist einfach ultra geil hier, ehrlich. Will er schon wieder quatschen? Ne, oder? Ne. Es sieht mega geil aus hier drin, wirklich. Also, du siehst richtig, was hier damals alles gemacht worden ist. Endgeil. Einfach endgeil. Ich weiß nicht, so, so Kleinigkeiten, weißt du, so kleine Details einfach, dieses Schwert mal in die Hand zu nehmen. Wo er recht hat. Okay. Sam, genau, gehen wir ein bisschen aus dem Weg. Bestimmt. Haben Sie mit anderen Völkern gehandelt? Bestimmt. Wenn, dann nicht auf dieser Insel. Sonst hätte die Welt von dem Ort hier erfahren. Ja. Das stimmt, und das hat ja niemand. Boah, ich würde echt gern alles hier anschauen. Aber ich will auch nicht Ewigkeiten hier rumstrurlern. Wie lösen wir das Problemchen? Vielleicht mit einem Becherchen? Oder mit einem Tütchen? Ah, okay. Ne, also wir müssen zum Teil schon hier durch. Wir wollen ja irgendwie weiterkommen. Gut, hier oben ist schon eine Tür. Also ich bezweifle, dass es jetzt so schwierig ist, da durchzubrechen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Auch irgendeine wunderschöne Büchse. Keine Ahnung, bringt aber irgendwie nicht wirklich viel. Okay. Äh. Wie komme ich hier weiter? Ah gut, hier schon mal nicht. Hier komme ich aber unten rein, oder auch nicht. Der klettert hier rum. Hm. Ich habe jetzt schon den Überblick verloren, wenn ich ehrlich bin. Okay, aber irgendwie müssen wir wieder hochkommen. Was haben wir denn hier? Keine üble Aussicht. Prost. Ja, Prost. Was wollten die hier? Wer, die Siedler? Ja. Ich meine, du tust dich mit diesen berüchtigten Gesetzlosen zusammen und... Was dann? Vielleicht... ...einfach ausruhen. Zuflucht suchen. Ein Grog genießen. Es gibt Schlimmeres. Ah, stimmt wohl. Dafür musst du immer Every Statue sehen. Hey, hast du... ...dich schon mal gefragt, wo wir... ...heute wären, wenn wir... ...uns anders entschieden hätten? Zum Beispiel deine Zaubershow zum Beruf zu machen? Nein, das... ...das war eine gute Option. Ich war gut. Aber keine realistische Option. Weißt du was, du bist bloß neidisch. Warst du schon immer. Nein, ich meine... ...wie wäre unser Leben heute, wenn wir nicht angefangen hätten... ...Leute zu jagen, die schon seit Jahrhunderten tot sind? Glaubst du, wir hätten dann so etwas... ...wie ein... ...normales Leben? Hm. Normal. Du meinst, am Thanksgiving sitzen alle zusammen an einem Tisch? Zeigen sich gegenseitig ihre Babyfotos? Sowas in der Art? Nein. Nein, danke. Nichts für mich. Mir gefällt unser Leben. Ja. Die alte Laie. Komm schon, wir. Wir sind glückliche Männer. Das nennst du Glück? Ja. Andererseits war ich die letzten 15 Jahre lang weggesperrt. Also ist das wohl relativ. Okay, da hast du recht. Das ist viel besser als Gefängnis. Tja. Mein Krug ist leer. Ja, ich wollte gerade sagen, die Bedienung hier ist echt mies. Okay, cool. Ich glaube, so ein Gespräch von Nathans Sicht aus... ...war auch mal notwendig. Ähm, komm ich hier hoch? Irgendwo? Irgendwie? Irgendwas? Nee. Okay, auch nicht wirklich. Ich möchte zu einem riesen Gebäude. Wie kann ich da lang? Okay. Hey, Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Eigentlich schon wichtig. Halt's. So. Artikel 5. Wer Libertalia in Zeiten des Krieges verlässt, wird mit dem Tode bestraft. Haben sich die Sklaven, Mörder und Diebe wirklich an diese Regeln gehalten? Hm. Fragen über Fragen. Und ich hoffe, wir finden noch einige Antworten. Warum läuft's auf einmal so langsam? Ich dachte, hier ging es darum, keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Ja, logisch. Ist auch verständlich. Also ist ja schön, Anarchie und sowas, aber... ...es funktioniert einfach nicht. Ist ja wohl klar. Stellt euch mal vor, hier laufen lauter Gesetzlose rum. Oder Mord oder sonstiges wird irgendwie erlaubt sein. Was denkt ihr denn, was dann los sein würde? Keine Ahnung. Hättet ihr nicht schon mal Lust, irgendwie einen Klassenkameraden, Arbeitskollegen oder sonstiges... ...alten Freund, Feind... ...zur Hölle sind alle hin. Ich meine, wurden die alle entführt, oder was? Ähm... Irgendwie so richtig, keine Ahnung, ihm einfach mal in die Fresse zu hauen. Und das Gesetz hat euch dann irgendwie davon abgehalten. Captain Avery. Hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Hm, ja. Aber schön. Schöne Statue. Avery hat's auf alle Fälle verdient. Er hat hier was Gutes geschaffen. In meinen Augen... Hallo, kannst du da... Warum kannst du da jetzt nicht hochklettern, du Dödel? Ernsthaft? Muss ich jetzt echt durchs Fenster? Oh, steig mal durchs Fenster ein. Ist mir auch recht. Oh, ein Kerker. Auch das gab's hier. Was bist du? Ein altes Schloss. Okay. Selbst Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Wenn Piraten wohl ins Gefängnis stecken. Scheinheilig, oder? Piraten, die ein Gefängnis haben. Tja, so ist das. Arschlöcher gibt es wohl überall. Ganz genau so ist es. Hallo? Bist du da jetzt mal durch? Ach, danke. Schnellen Schatz gegeiert. Muss ja auch mal sein. Und hier würde ich ganz gerne irgendwie hoch oder so. Kommen wir da nicht hoch? Nirgends? Schaut irgendwie nicht wirklich danach aus, ne? Oh, hier ist sogar so ein Pranger. Kannst du die Piraten am Pranger stellen? Ich hab welche gesehen, als ich nach dir gesucht hab. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Diese Leute hatten bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Vor allem wegen dem Schatz von Avery. Äh, lass uns... Wo bist du? Ach, scheiße. Halt... Ah! So. Vielleicht ist an der Papageiensache doch was dran. Was ist das für ein Symbol? Fragen über Fragen. Ähm, wo bist du? Sam? Sam? Was soll ich dir an... Was soll ich mir anschauen? Tja. Wohl nix mehr. Da war ich wohl ein bisschen zu flink. Okay. Hier entlang. Mir nach. Äh... Kann ich hier? Nope. Ach, ja, leck. Nope. Hier kommen wir auch nicht so weiter. Also das ist schon... Scheint mir schon wieder ein bisschen aufwendiger zu sein, der ganze Spaß hier. Ähm... Hat das irgendwas mit dem Schrank hier zu tun? Weil das ist endlich mal was, wo man klettern kann. Das nützt nix. Ist auch nicht... Weißt du, jetzt könntest du ruhig da mir ein bisschen Hilfestellung leisten. Aber hier ist nix. Kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Nope. Hier kommen wir nicht weiter. Hier ist eine Ruine neben der anderen. Oh, was ist hier? Oh. Ein ganz normaler Weg. Was wolltest du mir zeigen? Sammy Boy. Hier komme ich... Hä? Die Batale ist echt beschissen. Hier oben. Ich muss... Würde ganz gerne irgendwie da hoch. Aber ich komme hier nicht hoch. Auch von außen eben nicht. Von außen... Geh, geh. Was? Wo? Hä? Wo bist du? Ja, ich komme. Und weiter? Und weiter? Äh... Kommen wir da hoch? Kommen wir auch nicht hoch? Hä? Wo bist du denn lang? Sam? Du musst es doch hier lang? Hä? Musst du mich jetzt verarschen? Ist ja schön und recht, aber wo geht es weiter? Wenn es hier lang geht. Ich komme da nicht hoch. Auch mit dem... Auch mit dem Haken nicht. Also mit unserem schönen neuen... Ich komme hier nicht weiter. Sam, ich weiß ja nicht, was du vorhast, aber... Wo? Oh! Sam, sag das doch gleich! Okay, gut. Hauptsache, du bist durch. Ah, ist hier irgendwas Schönes? Warum? Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Ah, die hatten schon ihre Feinde, da bin ich mir sicher. Genau, und hier... Sieht dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und... Bam! Da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Das gleiche wie wir, vermutlich. Okay, kommen wir jetzt hier auch wieder raus? Oder müssen wir einen anderen Weg suchen, um rauszukommen? So wie es aussieht... Benötigen wir einen anderen Weg. Ja, hier kommen wir nicht mehr raus. Hier vielleicht. Auch nicht. Okay, 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 okay. Wir haben das jetzt gesehen. Hier ist eine Schaufel, die uns aber nichts nützt. Und hier kommen wir auch nicht durch. Komm, Sam, geh aus dem Weg. Komm, geh aus dem Weg. Also manchmal bleibst du ja einfach hängen, ne? Oh, hier ist wieder dieses Zeichen. Das Symbol wieder. Ja. Wenn das Symbol von Angreifern stammen würde, hätten wir es nicht in einem Untergrund versteckt gefunden. Ja. Hm. Vielleicht gab es Ärger im Paradies. Geheimgesellschaften oder Rebellen. Wäre alles möglich. Das habe ich mir ehrlich gesagt auch gerade gedacht. Vielleicht gab es irgendeinen Aufstand. Oder es haben sich irgendwelche... Oder vielleicht auch Piratenkollegen. Das sind ja eigentlich alle rechte Wichser, oder? Wenn wir meinen. Würde ich jetzt zumindest sagen, dass das alles rechte Arschlöcher sind. Und deswegen gab es vielleicht untereinander, weil es gab ja diese Gründerväter eben. Hier gab es unter anderem den unter den Gründervätern Stunk. Was war hier? Da hat doch gerade was geblinkt, oder? Ja. Oh, Schnupftabakdose. Okay. Was bist du hier? Eine Statue. Nett. Also heilig waren sie dann doch. Klar, die wollen ja den heiligen Dismas und lauter Särge. Ja, aber erstmal kommen wir rein, glaube ich. Okay. Und auch Gegner. Okay. Pst, pst. Ähm. Gut, das wird wieder... Wir versuchen es nochmal auf die Stealthy-Variante. Die ich allerdings natürlich nicht versprechen kann, dass sie funktioniert. Aber wir können hier runter. Okay. Das funktioniert schon mal. Gut, auch deswegen hier unten rein. Ach so, Scheiße. Sind wir doch ganz gut versteckt. Also unbedingt Scheiße ist es nicht. Ähm. Boah, shit. Ich hab mich der Strich ja beinahe gesehen. Okay. Nee. Nee. Nee, so nicht. So nicht. Auf gar keinen Fall. Okay, 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 okay. Okay. Problem. Scheiße. Fuck. Verdammt. Fuck. Das kann frei mächtig in die Hose gehen. Ich find die Chance. Jetzt haben wir vielleicht die Chance. Jetzt haben wir die Chance eigentlich. Scheiße. Shit. Okay, wir hängen hier zwar irgendwie unsichtbar. Zumindest noch. Okay. Shit. Scheiße. Von wo? Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. So. So. Gut, so weit, so gut, so weit, so gut. Danke. Danke. Okay, es ist doch mehr geballerisch wieder geworden, wie ich eigentlich gewollt hab. Okay. Noch einer? Müssten, glaub ich, schon noch mehr sein. Okay, Stealth ist nicht so mein Ding, so wie es aussieht, ne? Blöd. Vor allem schade, weil es wär bestimmt geil gewesen. Aber so ist es nicht so einfach. Okay, aber jetzt haben wir wohl unsere Ruhe nach dem Paar Hansel. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es nur so ein paar Leute sind. Ich hätte schon gedacht, dass es mehr werden. Aber gut. Soll mir mal nichts ausmachen. Oh, doch, da oben war noch einer. Na, wie komm ich hier hoch? Wie komm ich hier hoch? Wo bist du, hä? Komm her. Warst du schon? Okay, das war es wohl schon. Ich glaube auch eher, dass er uns sucht, ehrlich gesagt. Aber hier war ich doch gerade eben schon. Scheiße. Hier komm ich nicht weiter. Ich muss irgendwo da rüber. Oder? Ach. Fuck you. Komm ich denn da nicht hoch? Da wär ich hochgekommen. Scheiße. Ach, komm schon. Na, du Drecksschlappschwanz. Komm schon. Ach, du bist doch so ein Lutschkopf. Wo? Och, echt jetzt? Was denkst du, was ich die ganze Zeit versuche? Du Tödel. Hä? Was meinst du? Was meinst du wohl? Scheiße. Ich komm hier aber nicht hoch. Du Peniskopf. Oh, ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich diese Dreckswege nicht finde. Aber ist es wieder mal so einfach? Du Stricher. Wir müssen noch mehr, Schauliner. Der Rechnikerl hatte recht. Warte, der Zeit wird eine ordentliche Bezahlung. Okay. Hörschuss. In der hier. Hinter der Kipps, Sir. Da kommen sie. Okay. Nächsten, ihr kommt doch nach Kau. Was? Gut bitte, Vorsicht. Wo denn? 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 Alter, Falter. Wo kommst denn du jetzt her? Siehst du noch welche? Oder sind wir sicher? Wir sind sicher. Okay. Wir sind sicher. Und deswegen sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war wieder mega geil. Ich freue mich schon auf die nächste. Also bis dahin. Und tschüss. Ich freue mich schon.